Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angespielt, heute von dem Spiel Sonic Dash, das jemand von euch vorgeschlagen hat. Und zwar gibt's das Spiel hochkostenlos fürs Handy, kann man sich also reinziehen, angucken. Und wir schauen uns das Spiel heute mal etwas an und gucken mal, was wir machen können. Das hat so ein Jump-Game nach rechts streichen. Okay. Rolle, um Feinde anzugreifen. Du hast ein Tier gerettet, streichen da oben zum Springen. Puh, okay, muss noch viel machen. Drücke das Sprintfeld. Ja gut. Alles klar. Ich glaube, ich bleibe bei der Maus-Steuerung. Ich wüsste nicht, wie ich das als Shortcuts übersetzen sollte. Ah, guck mal, das hat was von Coin Master, wa? Oder Bloons Pop, nenn ich's mal her, wa? Wir brauchen fünf Diamanten dafür. Und haben ein Bötchen gebaut. Oh Gott, ja, das ist tatsächlich... Sollen wir noch ein TDA? Ah, okay. Wir müssen tatsächlich Dings kaufen. Rollen und springen. Dann habe ich eine Aufgabe. Wir müssen rollen und springen, um diese Aufgaben zu erfüllen. So, habe ich zumindest die Aufgabe erfüllt. Ah, guck mal, ich kriege jedes Mal Tiere, wenn ich Gena besiege. Erfolg frei gestaltet und wir sind durch. Ach cool, Rekord, 2700... 2800 Punkte, oh, ich muss nach rechts warten. Ups, ich habe verpennt. Ich habe sowas von verpennt. Ich hätte was drücken müssen. Ich dachte, wir sind schon fertig, aber... Huch. Wir können tatsächlich... Einfach weitermachen. Guck mal, haben wir noch das Sprintfeld noch. Natürlich sehr praktisch. So, Federbonus mal 2. So, soll ich es euch hindrücken? Nach unten. Nach links. Nach rechts. Nach oben. Stealbonus 10 bekommen, alles klar. Let's go. Wir spielen also Ewigkeiten weiter, bis wir halt wirklich kaputt gehen. Mal neue Tierchen bekommen. Magneto bekommen, um die alle anzusaugen. Die Schufte. Dash bereit. Das war absolut wasted. Das war sowas von wasted. No. Das war leider super wasted. Schade. Macht nichts. Alles gut. Hat tatsächlich ein bisschen was zu erfüllen. Oder wir haben es noch eine Weile. Ich weiß nicht. Mach er laden. Ich spiele es ja einfach fair. Krasse Sache. Wir haben schon 11.000er Score. Wir sind Platz. Haben wir haben. Ach du Scheiße. Am Rekord. Oh, die bewegen sich. Echtigkeit bewegen sie? Verdammter Hacke. Okay. Ne, lass mal. Wir bleiben. Wir haben genug für einen Run gemacht. Tatsächlich. Wir haben einfach 31 von diesen Dingern bekommen. Dafür den Charakterbonus habe mal 2. Leider habe ich tatsächlich nur 11.000 Punkte. Ist aber nicht so viel. Wer kennt sie nicht, oder? So, Springer mehr erledigt. Und das andere Mal erledigt. Gerettete Tiere 31. Wir lenken halt und rüsten ihn auf. Sprintomagnet Vorsprung. Wir können ja auch andere kaufen. Jesus, Jesus hat so nach oben. Nuggles-Fressen schalten. Oh, die gibt es ja da. Metall-Sonic. Heftig. Ist er der von Sonic-Exo, oder? Gut, wir kaufen. Sprint-Turbo. Magnet. Vorsprung. Sprint-Turbo. Let's go. Weil das sind Punkte-Multiplikator mal 2. Sehr nice. Wenn wir das gemacht haben, wir level abbekommen haben, ne? Okay. Dann lassen wir uns die beiden Geschenke, die wir bekommen haben. Nehmen wir mit. Okay, neue Aufgaben. Ringe sammeln und sprinten. Let's go. Kriegen wir dabei easy hin. Kann ich noch was ausbauen? Ist ja logisch. Ah! Doch, muss ich machen. Alles gut. Diamanten sind für mich immer echt Geldwährung. Deswegen war ich gerade etwas am Dingesten. Aber wir kriegen ja Diamanten ganz normal. Verbesserung mal 3. Featuren haben wir freigeschaltet. Genau. Ist halt ähnlich wie Bloons Pop, ne? Was das Dings angeht. Finde ich cool. So, noch mehr. Ah, es ist verwirrend, dass wir auch Ads anklicken können. Alles super nervig. Finde ich. Oh, ihr seht übrigens was anderes. So, Verzeihung. Ich weiß nicht, wann sich das geändert hat. So, wir haben noch ein paar Tierchen. Jetzt haben wir keine mehr. Punkt der Multiplikator mal 4. Haben wir den Allgemeinen? Ja, tatsächlich. Den Punkt der Multiplikator behalten wir. Und wir gehen noch auf den Multiplikator. Magneten. Gut, mehr haben wir hier gerade nicht. Also gehen wir auch zur nächsten Mission. Wurde ich mal eine Punkte an, Alter. Ich sehe einfach, einfach Milliarden Punkte. Manche Punkte verloren, ne? Weil ich getroffen wurde. Okay, wenn ich Punkte habe, kann ich nicht gekillt werden. Weiß nicht, hast du das in Münzen, was ich mitnehmen muss? Ach, tatsächlich. Das sind freundliche Münzen. Ich tatsächlich mitnehmen muss. 4 von 250 habe ich. Etwas Stil? Brauchen wir uns ein bisschen Stil hier. Oh, verkackt. Beach Zone. Okay, wir sind jetzt bei der Beach Zone. Sehr interessant. Der Münzen sammelt. Dann werden wir nämlich eine Münze haben. Ist in Ordnung. Dann ist alles okay. Sprintbereit. Let's go. Wir einfach absolut unbesiegbar sind. Aber die Münzen sind natürlich auch wichtig, ne? Da war ein Handschuh gewesen. Wir haben schon 18.000 Punkte. Schon mehr als wir im letzten Mal, weil wir natürlich einen viererfachen Multiplikator haben, ne? Easy peasy. 100 Stilbonus. Muss ich ja längst bis zum Ende, darf ich mich nicht treffen lassen. Also wir haben im Prinzip jetzt ein Leben bekommen. Ja, weil wir ja weil wir gerade alle Münzen ausgegeben haben oder gesichert haben. Sagen wir es mal lieber so. Baseball Schläger. Okay, wir können Items sammeln. Faszinand. Sehr interessant. Ein Magnet wäre ganz cool. Zu viele, Alter. Zu viele. Auf dem Handy ist es deutlich einfacher. Mit dem Finger wischen. Mal 3,570, Alter. Ich bin einfach fast der beste Spieler der Welt. Und immer noch Beach Zone. Erfolg freigeschaltet. Wuhuuu. Gute Sache. Ich habe jetzt zwar nicht gesehen, was für ein Erfolg. 5000 Meter haben wir schon erreicht. Ach cool, die habe ich auch gerettet. Klar, wegen der Zone. Ich stehe. Ich bin Platz 14. Der andere ist immer noch klassisch. 1,2 Millionen. So. Können wir noch unsere Belohnung. Dafür, weil wir hier Dingelton hatten. Zack, zack. Nehme ich mit. Crap Meats vernichten. Tiere retten. Dann brauchen wir halt immer die Diamonds. Nicht spielen. Sondern auf den da. Oder muss ich die Diamonds gar nicht ausgeben? Aber ich muss ausgeben. Das wäre immer die Diamanten, ne? 15. Rote Sterne zum Abschießen nutzen? Ne, natürlich nicht. Ja, fast erledigt. Gut, lass uns mit der Beach Zone einfach mal anfangen. Warum hier was aus? Und hier brauchen wir neue Tiere. Ich kann mir leider keinen anderen. Ich brauche halt andere Zonen. Ich muss hier abschließen. Damit ich die bekomme. Und wir fangen direkt auf der Beach Zone an. Beach. Und Magnet, sehr nice. Und die Dingelton auf jeden Fall behalten. Diese Münzen. Das heißt, wir müssen 250 nicht in einem Durchgang sind. Das waren wir natürlich vorher klar gewesen. Aber man weiß ja trotzdem nie. Aber jetzt bin ich mir sicher. So, Spritanzeige. War das echt immer direkt vor dem Ende, ne? Sehr Wahnsinn. Man muss denn das schon wieder so da unten. Meine Güte, Herrgott nochmal. Extra für euch nochmal hier angepasst. Wurde mich ja auch nerven. Warum ändert sich das die ganze Zeit? Achso, wegen der Werbung, ne? Glaube ich immer nach der Werbung. Wow, das war close. Das war cool, close. Das war cool, close. Und jetzt haben wir den nächsten. Holen müssen. Und wieder 161 Fehlerbonus mal 2. Let's go. Bam. 322 dazu. Easy peasy, ne? Erfolg frei schaltet. Ringmeister 8000 EXP. Okay, nice. Gut für meinen Google Account. ach verdammt dann gehen wir mal killen für die tiere die wir zum bauen brauchen das war und wieder einmal zwei mal drei habe ich einfach mal drei fehler leider hat bietz und hat nun ausgibt wenn wir noch andere ich habe mit sterben also dass ich da finden wenn wir andere dings hätten andere gebiete diese tere kriegen wir alle das ist natürlich noch mal werbung tatsächlich in der werbung war logisch gewesen so nehmen wir das alles mit wir können so haushalt aber wir können sich bei dem anderen erst mal zu ende bauen wir brauchen natürlich die 15 dinge und mal fünf sehr schön wir brauchen natürlich um das ausbauen zu können 15 von diesen diamanten gut aber wenn sich erinnern mal 90 prozent erledigt ja mal unser rekord von 490 punkte klassischer nicht von 1,2 millionen punkte wie sie gibt man die sehen kann ich mir die anderen zonen auch noch angucken nehmen da kann ich den snow mountain song green herson tempel sohn ganz einfach so ein mushroom hill zone alles klar so gibt es einige freistellen mit x 28 x7 okay alles klar das heißt ich brauche ein höheres level dafür verstehe 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 ok leute da würde ich sagen das was gewissen angespielt zu sonic dash wie gesagt kostenlos fürs handy gibt es das spiel kostenlos fürs handy scheiß werbung nach unten ja war das lustiges game ich danke fürs zusehen wir sind es wieder angespielt bis dahin oder tschau tschau